Marketing-Mix, Definition und Marketing-Instrumente Die Umsetzung der einzelnen Marketing-Strategien erfolgt durch die systematische Anwendung der einzelnen Marketing-Instrumente. Hierbei handelt es sich um Marketing-Maßnahmen und Aktivitäten, mit Hilfe welcher ein Unternehmen sein Marketing gezielt auf den Markt und die Zielgruppe abstimmt. Die klassische Marketing-Lehre intensifiziert vier Marketing-Instrumente. Hierzu zählen die Produkt- und Sortimentspolitik, die Preis- und Konditionenpolitik, die Distributions- bzw. Vertriebspolitik sowie die Kommunikationspolitik. Werden diese Marketing-Instrumente kombiniert und systematisch angewendet, So spricht man vom sogenannten Marketing-Mix. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch von den vier Bs gesprochen. Zurückzuführen auf die Bereiche, auf welche sich die einzelnen Marketing-Instrumente beziehen. Wie wir hier sehen, Product, Price, Place und Promotion. Also hier haben wir viermal ein B am Anfang eines jeden Wortes und dementsprechend kann eben hier von den sogenannten vier Bs gesprochen werden. Die Produkt- und Sortimentspolitik umfasst hierbei alle Maßnahmen, welche notwendig sind oder eingesetzt werden, um die Produkte und Dienstleistungen kundengerecht am Markt anzubieten. Die Preis- und Konditionenpolitik umfasst alle Maßnahmen, um kostendeckende und marktgerechte Preise zu erzielen. Bei der Distributions- bzw. Vertriebspolitik wird festgelegt, wie die Produkte bzw. auch Dienstleistungen zum Endverbraucher gelangen. Und zu guter Letzt kennen wir im Zusammenhang mit dem Marketing-Mix auch noch die Kommunikationspolitik und die informiert die Marktteilnehmer über das Unternehmen sowie das angebotene Produkt- und Leistungsangebot.